Willkommen zurück zu Rainbow Six. Hier Geisel, Oregon, mit allen. Guten Tag. Hallo. Und locker. Yay. Ja, weil es einen Bun hat. Die Position der Geisel ist bedroht. Bereit machen. Einen Permabun, ey. Ja, klappt der elendige Teamkiller. Oh, ne Geisel. Oh, ne Geisel. Oh, ne Geisel. Ich höre sie rufen. Kill me, kill me. Kill me, baby, one more time. One more time. Oh, baby, baby. Hallo, die Nech. Ich kille mich, kann die. I must confess. I still believe. I still believe. Irgendwo ist hier ne Drohne. Kill me a sign. Kill me, baby. Wo ist denn die Huren... ...so ne Drohne? Ich hasse das Spiel nicht. Das Spiel macht keinen Spaß mehr. Dann kommt die Ova. Oh. Was soll ich mir kaufen? Die lag hinter Berni. Die lag hinter Berni. Ja, die lag hinter Berni. Was kriegt der mit dem Müll? Das macht Spaß. Ne. Das ist nicht so sehr auf Ernst. Das ist spaßig. Was ist spaßig? Das ist geschickt. Overwatch. What? Okay, der war im Tower. In dem, äh, Mini Tower. Okay, der hat Aimbot. Der hat mich durch ne zu... Der hat, ähm, der hat... Man hat gesehen, wie der durch ne zu ne Tür mich anvisiert hat. So wie der eine bei mir im Archiv da unten mal, der in der Garage war und mich im Archiv verschossen hat. Erstmal den Typen markieren. Mr. Q unterstrich PL. Ich... Ich schneid das nachher mal raus. Das ist... Ne. Wenn der Füß sich anhört, wie als wäre er unter dir, dann müsse der Rekrude hier. Danke, Switch. Da sind drei Leute noch in der Nähe, sub. Habt ihr angeschossen? Rekrude halbes Leben. Auf was schießt du da, Bernie? Schießt auf die Wand. Nein. Da war grad der Rekrude. Das stimmt. Ich hab gehofft, dass... Links schießen sie, links, Tür, schießen sie auch auf. Links, Tür, schießen sie auch auf. Wir spielen gegen einen, der befinden wir einen Kopper 1 und einen Kopper 2. Und... Aber die ist nicht tot. Die ist nicht tot. Aber du sagst, wir spielen gegen Kopper. Links. Guck wieder links. Guck links. Guck links. Das Gute ist, wenn... Ja. Wenn Leute so schlecht als Bernie spielen, kann er mal zeigen, was da drauf ist. Oh, Bernie. Carry die Runde, Bro. Links kommt wieder so. Das war auch links. Oben ist einer. Er hat versucht, Luke zu gehen, die habe ich aber reinforced. Bitte, Ben. Buck ist links und da kommt auch Rekrude hin. Beide da. Beide da an der Tür. Rekrude ist vor der Tür. Nicht markieren, nicht markieren, nicht markieren, nicht markieren. Rekrude ist drin. Bernie links. Nee, chill, chill, Bernie. Chill, Bernie. Ich muss einfach nur auf die Geisel schauen. Die werden sogar... Ja, genau. Bis dann der Geisel? Ja, gut, jetzt die Geisel. Sehr schön. Und Buck ist da halt auch. Buck ist jetzt auch da. Einfach das gleiche jetzt machen. Genau. Er schaut aber auf dich. Schieß! Schön, Bernie. Nice. Bernie carried uns. Ja. Das ist es. Herzlichen Glückwunsch, Bernie. Nicht zu viel. Nee, nee. Ich meine halt, ich habe es extra gesagt. Bernie trifft jetzt einmal auf Leute, die schlechter sind als er. Nicht, dass wir uns das dann wieder Wochen lassen. Sonst haben wir drei Wochen noch von der Runde. Ja. Oh, wisst ihr noch? Die eine Runde, da habe ich noch Kills gemacht. Gegen Koppa 1 und 2. Da sagt er auch nichts zu, ne? Selbst wenn der Gewinn sagt er nichts. Wenn wir ihn loben, sagt er nichts. Wenn wir ihn beleidigen, sagt er auch nichts. Beleidigen? Ist keine Beleidigung. Ist eine Feststellung. Eine berechtigte Beleidigung. Keine Beleidigung, ist eine Feststellung. Ja, Bernie. Muten. Und nicht sterben. Küche. Das sind gleicher Raum wie wir. Ich glaube, sie sind gleicher Raum wie wir. Nee. Nee, nee. Es hat doch gesagt, dass wir das sehen. Ich habe gesagt, ich glaube, sie sind gleicher Raum wie wir. Ja, die sind Küche. Bernie, gleicher Raum wie wir. Das war der Dialog, Bernie. 10 Sekunden bis 1,5 Sekunden bis 1,5 Sekunden. Da gibt es kein Ben oder Aber und er macht Ben. Schade, dass die Geisel euch nicht mehr steht, ey. Aber wie auch die gerade eben auf die Geisel geschossen haben. Aber die ist nicht gestorben. Ja, die Geisel gerichtet. Deswegen sage ich, dass der Kasse das wahrscheinlich geplant hat und vorher die Geisel geschwächt hat, weil sonst macht es keinen Sinn. Pass auf den Tower auf, Leute. Einer läuft auch hier im Gang rum. Ich hau die ganze Zeit da von der Luke alle kaputt mit meiner Twitch-Stone. Von oben? Nö, nö. Von der Luke. Ich meine nicht von der Luke, von einer Twitch. Ich meine, na was? Was lade ich denn? Ach, von einem Schlitz. Ja, vom Schlitz, genau. Von der Twitch. Nein, nein, nein. Ich bin der Twitch. Oh, hier ist eine Frostfälle. Gut, das ist getrunnt. Kann man die Geisel kaputt machen, wenn man eine Granate einen Raum über sie lehnt? Glauben nicht. Ist da einer dritte? Keiner. Im Raum deckt die nicht rein. Weißt du was? Just give it a try. Die Tür ist aber offen. Gegenüber ist einer noch. Frost ist gegenüber am Bart. Frost ist gegenüber am Bart. Wenn man den noch mal treffen würde, so. Treff da mal ran, Bernie. Ja. Jetzt hab ich erstmal die Geisel abgeknallt. Nice, Bernie. Ja, da chillt noch jemand direkt neben der Geisel. Oh ne, der Dock ist schon gut. Bandit ist oben. Bandit ist oben. Karsa ist hier auch noch irgendwo drin, ne? Dann holt, dann holt. Dann holt, dann holt. Mach ich doch gerade. Ich hab ihn verletzt, äh, Bandit. Mit einem mega scheiß AIM. Benni, hol ihn dir. Der ist da im Nebenraum, du Idiot. Benni, im Nebenraum. Alter, Benni läuft sogar genau auf ihn zu. Geradeaus läuft er auf Bandit zu und du gehst ja von ihm weg. Alter. Nee. Ja, Benni, ich hoffe, du nimmst auf. Ne? Dich kann keiner mehr einholen. Ja, Benni ist ja, seine Technik ist ja genauso unfähig. Momentan muss ich hochladen mit einem Kill. Läuft. Äh, er denkste, doch, äh, lass, äh, lass, lass Sub oder Dani jetzt acen und dann... Dann hat ja jeder von uns drauf. Hm. Wenn Sub oder Dani jetzt aced, dann können sie ihn noch einholen. Gleich ziehen, aber nicht ein, aber nicht überholen. Dafür hat Bail zu viele Punkte. Einholen, einholen ist nicht überholen. Müsst so viel mit meinen Valkyrie-Camps scannen, dass ich da Punkte bekomme. Er schafft es schon, Sub. Der Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigt. Ich kill jetzt keinen, ich lasse Sub die alle killen. Wir können auch einfach Bernie killen. Das ist die Chance höher. Sub kill mal Bernie, dann kriegst du bestimmt keinen Bann. Bann, ich stopp schon eh selbst, ey. Mein Cancer. Die Position der Geisel ist verboten. Bereit machen. Ich brauch hier noch einen. Hat er? Wo? Bei mir, wo ich hier bin. Hier ist überall Stacheldrahte. Viel Spaß, liebe Gegner, Gegner. Lass noch mal mehr Stacheldraht legen. Mhm. Und in dem Stacheldraht, das ist wie so ein Muenfeld. Wir sind überall, ähm, Phosphern versteckt. Er geht da, einen Geisel entdeckt. Errichte eine Barrikade. I like... You. Huhu. Was? Was? I like was? Ich bin geändert? Hier, Bernie hat glaube ich gerade eine, ähm... Hat gerade gebeichtet. Ich meine es auf Bernie. Bitte. Stör mich. Bernie hat gebeichtet. Also wenn das große Fenster offen ist im Geiselraum, dann sagt mir Bescheid. Ich seh auf Bernys Handy gar nicht, wie er Kamps guckt. Da ist bloß... ...Gekrissel drauf. Ja, leider. Das wär echt cool. Das wär ziemlich sick. Das bloß Fenster ist keiner dort. Jeder anders. Sollen alle vor's Fenster gehen, dann werf ich ein C4 raus. Ja. Gerne. Dann wird zapp erstmal Permabann. Da ist schon einer drin, Leute. Links vom Raum. Da wo ich markier. Oh, Fuse. Recruit tot. Okay, jetzt... Jetzt ist... Jetzt ist, äh... Bernie uneinholbar. Ja. I'm sorry. Recruit ist hinten im Gang. Angeschossen. Bei der Treppe. Ja. Noch mal angeschossen. Okay. Nice. Ja, dann lade mal mit einem Kinn Hochsack. Und soll ich mal was sagen? Willkommen zu Part 400, Bitch. Oh, come on. Genau. Bernie! Part 400! Geil, Junge! Auf Part 400 hat Bernie ne Punktzahl von 40, 40. Alter, haha. Jetzt sieht man wenigstens, wie ich 10.000 mal auf den Rekruten draufschieß. Und Schuld ist nur Sub, weil wir casual spielen mussten. Ich hab ne Abbruchstrafe von 50% auf die Credits. Ja, Bernie, dann mach wenigstens die Abmords hier. Das war dieser Part 400. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Auf noch 400. Tschau. Tschau.